0 eine Nachricht von Saladin so wir haben nicht gelüben Gold um diese Einheit auszubilden weil sie sich das jetzt Glück bezeichnen soll oder nicht als Glück dass der so geduldig ist für mich ist das kein Glück damals ruhig wenn der aber mit dem Spießer und komplett stille das wir haben nicht gelüben Gold um diese Einheit auszubilden marschieren wir? ja bald ja Saladin ist kein Problem aber Kalif der Nervige ich folge euren Banner die Truppen des Gravenkönigs greifen an der Vorteil ist man kann das später dann auch eigentlich genau man kann hier oben auch noch in den Eisen und so sich holen ihr habt nicht gelüben Gold um diese Einheit auszubilden Waffen schultern Noll wir haben keine Chance die Geschichte warten ihr seid der größte Lord mhm deutlich sogar mhm deutlich sogar wir gehen los wir sind mein Gebieterherr die Geschichte wartet der eine da jetzt mal gehalten der hier ihr seid mein Gebieterherr Saladins Truppen greifen an eine Nachricht von Saladin die Armee wird vorrücken wie Gold hat denn der schon genau 3 Kaliben die Sklavenkönig äh Sklavenkönig äh Sklavenkönig gar nicht so viel okay ihr habt nicht nur die Gold um diese Einheit auszubilden also ich kann euch jetzt schon sagen maximal vier Mühlen das ist sinnvoll und mehr nicht bald ich folge euren Banner ich werde dich hier hochschicken mein nobler Herr aber warum steht jetzt Ah, sollte er das Ding kaputt bekommen. Ja, ist ja auch der Kalif. Ja, der Sklavenkönig. Ja, der Sklavenkönig. Ja, der Sklavenkönig. Ja, der Sklavenkönig. nicht ich auch nicht die truppen des kaliten greifen an mein nobler herr jetzt wird es dann die nächste gleich fallen danke schwerkämpfer hier ja es geht ja gar nicht das war natürlich ist nicht so schön wirst du gerade feuer eine nachricht vom kalifen heute abend doch bitte nicht über die raufkämpfe an meine krähen kommt an unsere mauern ach das sollte ja so das war sie einheit aus wenn nur noch drei hälfte haben wir der die haben wir überrannt und so werden wir den sklavenkönig überrennen die 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 Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Achtung! Los, los! Der Saladin wird schwerer, bei der die Öltopfwerfer und sowas, das ist... Aber der wird nicht ohne. Und der Kalif, den werde ich da vormachen, und zwar werde ich von oben kommen. Was bekümmert euch, Sire? Geil, wie geht's? Es ist wieder eine einfache Mission. Sire? Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! So! Zu nah am Feind, um repariert werden zu können. Eine Nachricht vom Kalifen. Beim nächsten Mal reiße ich euch das Herz heraus. Eine Nachricht von Saladin. Unsere Sache ist gerecht. Wir werden triumphieren. Sagt nur, was ich tun soll. Aber wir werden die Erwachsenen. Wir werden die Erwachsenen. 2,1, 20. Die möchte ich natürlich auch Gember halten. Wie viel habe ich hier überhaupt? 12 gegen 10. Jetzt greifen sie alle an hier. Unser beider Schicksal ist eines. Wie gesagt, Sklavenkönig noch und dann Kalif und Saladin. Und dann haben wir es eigentlich. Okay. Jetzt werden wir natürlich auch die Wirtschaft weiter ausbauen. Ist logisch. Oh, es ist glaube ich doch keine so gute Idee gewesen, die da oben so allein zu lassen. Die Gebäude stehen in Flammen, mein Lord. Das habe ich komplett vergessen. Nein. Nein! Nein, 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 nein. Wo ist denn der Feind da noch? Da ist kein Feind mehr. Ja, komm. Ich langs jetzt hier nicht rein. Wo ist denn da noch ein Feind? Was ist das so? Weißt du, weil sie gab es jetzt auf uns. Gaben König, jetzt schon abgesehen. Mein Schwert ist das Eure. Lasst Gerechtigkeit walten. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Mein nobler Herr. Verbreitet Chaos. Wann der E gleich folgt, mich anzugreifen? Waffenschultern. Kann ich komplett vergessen, dass der mit seinen Scheiß... Na, Kalif ist ja genauso drauf, ey. Wann will ich gleich angreifen, oder was? Ich weiß nicht mehr, wo meine Räder sind. Ach, hier unten. Was bekümmert euch, Sire? Auf die Plätze! Hä? Bemannt die Brüstung! Gehen los! Ja, ist ja nicht, dass die da unten standen. Waffen werden benötigt, Sire. Bereits, Sire. Los geht's! Mein nobler Herr. Ja, wohl, das ist recht locker. Was kommt denn da? Die Pisa-Armee, je, ey. Was denn? Ihr seid der größte Lord. Das ist doch ein Witz. Müssten die durchs Sohn durchrennen, müssten sie erst eigentlich. Die Truppen des Kalifen greifen an. Huhu. Wir werden angegriffen. Eine Nachricht vom Sklavenkönig. Ich füge mich meinem Schicksal. Ach, du Füchse. Gott, weg mit euren Fackeln, ey. Wir werden Vergeltung üben. Ach. Paar-Bogen schützen. Töte den Ungläubigen! Töte die! Töte die! Töte die! Töte mal deinen Kollegen, ja. Oh, da hilft gar nichts mehr. Bis auf Aufräumen. Ja. So, jetzt haben wir ja Ruhe, ey. Gott sei Dank. Da waren es nur noch zwei. Das Land ist für die Bebauung zu uneben, mein Herr. Ja, passt. Wir brauchen Holz, mein Lord. Kauf ein. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Oh, die lassen sich dann erstmal heilen da oben. Rekruten, wir finden nicht, Saja. Saja, Bewegung! Wie mache ich denn jetzt den am besten, wie machen ich jetzt die beiden am besten platt? Obwohl, ganz einfach. Belagerung, Bogenschützen, aber immer außenrum. Bei dem können wir das gleiche, da... Eine Nachricht vom Kalifen. Beim nächsten Mal reiß ich euch das Herz heraus. Was bekümmert euch Saja? Auf die Plätze! Da waren es nur noch zwei, ne? Aber wie gesagt, der Wulf und der Richard. Wenn es geht, erledigt die als erstes. Die Armee wird vorrücken. Ja, wir sind vorrücken. Wir sind jetzt vorrücken. Dann schickst du vor. Und den greifen wir von hinten, hinterrums, ja. Bauern werden benötigt, Sire. Nehmen Sie die. Mein Schwert ist das Eure. Saladins Truppen. Äh, ich bruchte Nahrung. Markt. Der Account-Speicher ist leer, Sire. Ich kriege wohl keine Musik mehr dazu, okay. Tag, Tag, Tag. Armbrüste, vorwärts. Ja, genau. Ich habe das jetzt gesehen.